Herr Dr. Kirstein, Sie waren hier auf der AZK mit dem Thema der politogene Klimawandel. Was haben Sie zuerst gedacht, als Sie eine Einladung für die AZK bekommen haben? Ja, ich kannte ja schon AZK aus dem Internet. Ich wusste, was das ist. Als ich die Einladung bekam, habe ich gesagt, naja, die sind ja auf der Suche nach Wahrheit. Und mal schauen, was jetzt zum Klima da war. War die Erwartung auch hoch? Ich war auch voller Spannung und Erwartung, muss ich sagen. Und was mich am meisten beeindruckt hat hier, neben den fachlichen, was ich von anderen Kollegen gehört habe, interessante Vorträge, aber die Atmosphäre hier im Saal. Über 2500 Leute, alles freundlich, nett, interessiert. So etwas habe ich in dieser großen Zahl noch nie gesehen, obwohl ich ja schon seit zehn Jahren so etwas mache. Sie beschäftigen sich beruflich mit Klima, Klimatologie und Sie sind aber auch Aufklärer. Sie haben viele Vorträge schon gehalten über Klimawandel. Wie ist das in Fachkreisen? Sind da die Meinungen gespalten oder sehen es viele Ihrer Kollegen so wie Sie? Das ist die große Frage. Das weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich weiß noch von einigen Kollegen, dass die sagen, das ist überhaupt nicht wahr, was der da sagt. Das ist ein Spinner, also Verschwörungstheoretiker, weil sie natürlich irgendwie davon profitieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die lieben Kollegen alle so auf den Ohren sitzen und das nicht mitbekommen haben. Aber man muss auch sagen, immer wieder hört man ja, dass die große Mehrheit der Wissenschaftler, die diesen Klimawandel unterschreibt und sagt, das ist so. Und da sage ich, was heißt hier große Mehrheit? In der Wissenschaft braucht man keine Mehrheit. In der Politik braucht man Mehrheiten, sieht man jetzt zum Regieren zum Beispiel. Aber in der Wissenschaft machen wir keine Mehrheiten. Es sind schon einzelne Wissenschaftler aufgetreten, die haben eine These vertreten und die waren ziemlich alleine mit wenigen. Und die große Mehrheit, die große Mehrheit, da haben wir es wieder, war im Irrtum. Und das ist also keine Seltenheit. Wenn Sie jetzt über Klimawandel aufklären und das schon seit vielen Jahren machen, sehen Sie einen Erfolg in Ihrer Arbeit? Und ist überhaupt eine Bereitschaft in der Bevölkerung da, quasi gegen den Mainstream sich einer Thematik zu stellen oder auch Zusammenhänge zu sehen, die vielleicht gar nicht jetzt so populär ist? Ja, also ich erlebe, wenn wieder mal so ein Video im Internet ist, aus Kanada oder Australien kommen dann Mails an bei mir und sagen, finde ich toll. Gut, das habe ich mir schon immer gedacht, dass wir hier belogen werden. Aber andere, die hauen eben drauf, ich weiß nicht warum, die wollen diesen Klimawandel, koste es, was es wolle, um jeden Preis, da kriegt man dann auch wirklich Schelte. Es gibt Leute, die profitieren vom Klimawandel. Da braucht man nur mal einen Gor zu denken, der ist reich geworden durch den Klimawandel. Der hat für einen Auftritt über 20.000 bekommen, in München zum Beispiel, richtig reich geworden. Und andere sind einfach nur, sag ich mal, dumm oder uninteressiert und sagen, oh ja, das wird schon so stimmen, wenn die das da oben sagen. Also sehr geteilt. Sie hatten in Ihrem Vortrag auch ein paar sehr humoristische Beispiele oder fast humoristische Beispiele von Kollegen, die es ein bisschen durch die Blume gesagt haben, dass sie nicht wirklich an den Klimawandel glauben, aber dennoch irgendwie Profiteure sind. Wie schätzen Sie das ein? Wird sich diese Klimathematik irgendwann von selber ergeben, weil es einfach offensichtlich wird? Ich würde mir wünschen, dass endlich mal die Wahrheit sich durchsetzt. Solche Aktionen wie hier, AZK und so weiter, die tragen ja dazu bei, dass sich die Wahrheit dann doch durchsetzt. Aber ich habe die Befürchtung, solange die Politik voll dahinter steckt, tut sich da nichts. Ich habe mal gehört, das Argument von einem leitenden Regierungsbeamten, der inzwischen Ruhestand ist, kann man euch sagen, das ist Werner Ressing, der hat gesagt, die Politik ändert nichts an ihren Standpunkten, es sei denn, die Menschen treten die Massen auf und sagen, so geht das nicht. Solange ich also ein Einzelkämpfer bin mit, sage ich mal, 100 anderen oder 500 anderen, tut die Politik überhaupt nichts. Denn sie profitiert davon letztendlich, die Politik, mit ihrer Ideologie. Das heißt, sie sehen eigentlich als Ausweg, dass die Massen jetzt wirklich aufstehen und es auch der Politik deutlich machen, dass da jetzt quasi die Zusammenhänge durchschaut sind. Schön wäre es, wenn es so sein könnte. Ja, hoffen wir, dass Sie mit Ihrer Mission zum Ziel kommen und herzlichen Dank für Ihren Vortrag.